... zum Preview-Podcast vom Auswärtsspiel in Wien-Wiesbaden. Sollte es denn stattfinden? Ich mache jetzt einfach mal ohne Klatschen raus. Ich habe schon ein bisschen was am Ende vom doch ziemlich lang gewordenen Preview-Podcast im Endeffekt gesagt, aber ich bringe einfach mal natürlich auch noch selbe oder ähnliche Punkte wieder mit ein. Erstmal ist es ganz wichtig zu sagen oder ganz interessant zu sagen, was gerade erst reinkam vor kurzem die Meldung. Also das ist bisher noch ein Vorschlag vom DFL-Presilium, aber ich gebe mir noch aus, dass er durchgesetzt wird. Ab Dienstag, also dieser Spieltag wird noch gespielt überall, also natürlich überall Geisterspiele und ich meine, das Hannover-Spiel ist ja abgesagt. Das Aue-Spiel hatte ich ja im Review-Podcast auch gesehen oder währenddessen quasi auf Twitter gesehen. Ich habe auch abgesagt. Nicht Aue, nicht Aue. Also doch, Hannover-Dresden, dann passt es ja genau so. Das Spiel ist abgesagt, das passt es, weil es waren nämlich Dresden, die betroffen waren gegen Aue zu Hause, wo die Zuschauer hatten, die im Stadion waren, obwohl sie infiziert waren. Ab Dienstag, also nach diesem Spieltag, natürlich jetzt auch Groß-Terrar, nein, jetzt sack doch denen schon ab, was soll denn das, bla bla bla. Muss ich persönlich sagen, sehe ich das Problem jetzt nicht. Das sind sowieso alles Geisterspiele. Ein, zwei Spiele sind ja, glaube ich, mal gucken, ob es noch mehr werden, aber Hannover ist ja zumindest schon mal abgesagt, wo jemand infiziert ist. Lass sich doch dieses Wochenende noch fertig spielen. Jetzt haben wir Geisterspiele, keine Zuschauer. Aber es ist doch, die Gefahr ist sehr, sehr minimal, dass irgendwas passiert bei Geisterspielen. Und gut, ganz ehrlich, die ersten Spielen ja jetzt, ich nehme jetzt gerade schon kurz vor elf morgens auf, die spielen heute Abend 18.30 Uhr. Also ob du da jetzt, keine Ahnung, klar sind keine Fans auf dem Weg und nichts, also könntest du das auch noch abblasen. Aber dann lasst du diesen Spieltag noch fertig spielen, fertig. Dann kann man auch zur Not die Tabelle am Ende von dem Spieltag nehmen, sollte die Saison einfach wirklich nicht weitergeführt werden. Aber der Plan bisher ist ab Dienstag, weil es gibt dann irgendwie scheinbar Montagabendspiel. Ich meine, es gibt, ja, ich glaube, es ist sogar noch erst nicht das Montagabendspiel diese Woche, oder diesen Spieltag. Dann bis zum 2. April halt quasi, ich glaube, mir fällt das Wort nicht ein, ausgesetzt wird, genau. Das Bundesliga ausgesetzt wird. Ich weiß jetzt nicht, ob dann einfach die Spieltage quasi, die werden vermutlich nachgeholt und nicht quasi dann einfach aufgeschoben und irgendwann anders. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel Terminierung, wenn es wahrscheinlich die zwei Spieltage irgendwo anders hin verschieben. Gehe ich mal stark davon aus, was ja ziemlich heftig wäre. Obwohl bis zum 2. April, bis zum 2. April, ja gut, das ist das eine Ausschnittspiel gegen Wiesbaden, was heute noch gespielt wird. Dann ist das Ding in Kiel betroffen, dann ist ja sowieso Landerspielpause und dann ist ja schon der 2. April. Mal gucken, ob sich dann überhaupt die Lage irgendwie beruhigt hat, aber jetzt scheinbar ist es jetzt erstmal so, dass nicht gespielt wird, also das Wort nicht noch gespielt wird. Und ab da dann der eine Spieltag verschoben, abgesagt, nach hinten terminiert, wie auch immer wird. Dann ist ja sowieso eine Landerspielpause und dann wieder aufgegriffen wird, sollte es denn die Situation hergeben. In England gibt es ja auch die großen Diskussionen, das soll ja anscheinend stattfinden. Auch wenn da ja auch ein paar Spieler oder einzelne Spieler, zum Beispiel von Chelsea oder von Everton und sowas da infiziert ist oder zumindest Symptome haben. Aber da ist anscheinend auch noch mit Fans an diesem Wochenende der Spielbetrieb ganz normal, stand jetzt noch. Guck, ob sich das noch ändert, sonst überall, wissen wir es ja, Italien, Spanien, Frankreich ist ja überall abgesagt bzw. unterbrochen, bzw. auch Geisterspiele. Ich glaube überall mittlerweile unterbrochen, der Spielbetrieb, auch in Holland, in der Schweiz, überall. In England, keine Ahnung sowieso, auch wenn man es jetzt mal politisch projiziert, dass der Trump sagt, alle dürfen. Aus der EU darf keiner rein in seine Rede an die Nation quasi, aus der EU dürfen niemand rein, die sind Gefährder und sowas, die sind richtig scheiße und alles. Also eine Wahnsinnsrede, schön die ganze Zeit so leicht an der Kamera vorbeigeschaut, alles abgelesen, der Dude. Aber jetzt war halt, ne, England nicht mehr oder die UK nicht mehr in Europa ist oder halt kein Member mehr ist, dürfen die kommen. Wo, ich weiß jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall ähnlich viel, wenn nicht sogar noch mehr Fälle bestätigt sind, als irgendwie in vergleichbaren Ländern in Europa. Also, auch so Nullsinn und auch da in England irgendwie keine Ahnung, scheinen sich noch weniger drum zu scheren. Gibt ja sowieso schon genügend Kritik an unserer DFL und DFB und so weiter. Auch hier jetzt wieder, ja, was bringt denn das, wenn man einen Spieltag jetzt verlegt? Aber wer weiß, wie sich das alles entwickelt, mal gucken. Es gibt ja jetzt die verschiedensten Optionen. Ich habe auch eine Option gelesen, die sich anscheinend diskutieren nach dem Motto, wir sagen hier nach dem 26. Spieltag Tschüss, vorbei, auf Wiedersehen. Die Saison ist abgebrochen, die machen wir auch nicht irgendwelche Spieltage noch nach. Und Stocken, die liegen auf 22 auf. Am meisten sehen wir ja machen, wenn man jetzt rein diese Abstiegs- und Aufstiegsrennen nimmt und einfach mal die Relegation außen vor lässt, dass man die drei in der Bundesliga lässt, die da unten noch nicht absteigen lässt, weil fair ist nur in die Richtung, dass man sie aufsteigen lässt. Nach unten wäre mies finanziell und alles. Nach oben wäre es halt auch nichts, wenn man sagt, nee, du darfst jetzt nicht aufsteigen, wir müssen nochmal da rumspielen. Deswegen sind wir auch so einfach am, ich sag mal, zufriedenstellendsten für alle. Aber dann sind es ja 21, da musst du immer irgendwie ein Team aussetzen, am Wochenende ist ja Quatsch. Und die ersten zwei nur aufsteigen lassen, wäre ja auch böse mit dieser Relegation und so weiter. Also gibt es die Überlegung, jetzt auf 22 Mannschaften aufzustocken jeweils. Also bei uns dann stand jetzt gerade Bielefeld als Erster, wir als Zweiter, HSV als Dritter und Heidenheim als Vierter hochgeht und halt dann in der Bundesliga so bleibt, wie sie ist. Und dann das Gleiche in der zweiten Liga, also das von der dritten Liga, vier hochgehen auf 22 aufgestuft, glaube ich dann zumindest, dass es da auch genauso aussehen wird. Aber ich weiß, das ist nur von der Bundesliga die Idee, also von der ersten Liga. Und ja, wenn man jetzt auch mal die Tabelle anguckt, wäre das zumindest, also klar, kann sich an dem Spieltag noch ändern, aber auch nicht so drastisch, als dass man sagen würde, toll, Vierter und Fünfter, die haben jetzt irgendwie gleiche Punktzeige zum Torverhältnis, aber ist ja tatsächlich nicht so. Also wir haben jetzt sechs Punkte Abstand auf Bielefeld mit 45 Punkten, da ist Vort 44, die können an uns vorbeiziehen. Wir können uns durch eine Siegwarte nach oben absetzen und immer noch auf zwei bleiben. Und dann kommt Heidenheim mit 41 Punkten, die sind gerade Vierter, das heißt, wir wären auf jeden Fall in diesen vier mit drin, weil Heidenheim nur auf 44 Punkte kommen kann. Und wir sind auf 45 gerade, also wir bleiben auf jeden Fall in diesem Top-Vierter drin, solle diese Idee irgendwie übernommen werden, wären wir zumindest aufgestiegen. So, das wäre zwar komplett weird und so richtig komisch, aber wir wären zumindest aufgestiegen. Weil das, was ich auf jeden Fall nicht will, habe ich glaube auch im letzten Podcast schon gesagt, ich habe sowas von null und gar kein Interesse oder gar keinen Bock darauf, nochmal eine Saison zu machen. Nur weil die Scheiße jetzt abgebrochen wird, damit zwar alle Fairs, die Saison quasi nochmal genau so gespielt wird, wie sie jetzt ist. Da hätte ich mal sowas von aggressiv keinen Bock drauf. Und dann Heidenheim auf Vierten mit 41 Punkten, die auch noch am HSV-Nähe, können auch nur noch punktleich mit dem HSV sein, aber das Torverhältnis ist ja so groß, also bleibt Heidenheim auf vier und dann ist das in Anführungszeichen Gute, dass Kreuter Viert nur 36 hat, 36 Punkte als Fünfter, das heißt, sie haben fünf Punkte Abstand auf dem Vierten und können ihn nicht überholen und können ihn auch nicht mit zwei Spieltagen überholen. Das ist, ich sage mal, ein klar genüger Abstand, um dann quasi sagen zu können, dass ich gerade der Viert nicht großartig darüber aufregen darf, quasi, weil einfach fünf Punkte Unterschied zum aktuellen Standpunkt oder zur aktuellen Situation so sind. Viertes Spieltag dazu noch zu Hause gegen Hamburg. Heidenheim in Bochum, also ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass da jetzt dann nach dem Spieltag Heidenheim auf 41 Punkten ist und führt auf 39, weil das wäre halt überholbar mit den zwei Punkten, das wäre halt ein bisschen mies, aber was die Partien so hergeben, sollte sich das Tabellenbild ähnlich halten wie jetzt mit den Abständen. Ja, gucken wir mal, was sie da jetzt machen. Die haben natürlich jetzt auch keinen Survival-Plan oder sowas oder irgendwie einen Backup-Plan, der in irgendwelchen Statuten steht für solche Ereignisse, haben sie einfach nicht. Ich meine, wer erwartet sowas. Gegen Wiesbaden haben wir ganze drei Spiele gemacht bisher, sehe ich gerade. Einmal 2-7 im Pokal, 2-1 gewonnen auswärts und 2-11 im Pokal, 2-1 gewonnen. Und da habe ich auch, glaube ich, oder werde ich, glaube ich, muss ich noch machen, aber werde ich, glaube ich, noch einen Schnipsel von der Kanzler-Kurve-TV oder sowas drin haben aus dem Pokalspiel, was man auf YouTube gefunden hat. Die Highlights dazu leider nicht, aber gut, das ist 2011. Und dann hat, wie gesagt, diese komische Pleite zu Hause 1-2 gegen Wiesbaden, wo wir gefühlt die absolute FIFA-Partie des Jahrhunderts gespielt haben, ganz komisch. Direkt, nachdem du nonstop gefühlt nicht verlierst und dann richtig geil in Bielefeld noch last minute gewinnst, dann kam halt diese schlechte Phase mit Wien, Wiesbaden, Kiel in HSV im Pausmaul bekommen. Man kennt es, man kennt es. Was vielleicht ein bisschen interessanter ist, ist, dass auf jeden Fall Wiesbaden eigentlich aktuell gar nicht mal schlecht drauf ist. Die gewinnen beim Mitaufsteiger auswärts in Osnabrück 6-2. Jeden Fehler, wirklich jeden Fehler haben die einfach bestraft, den sie gemacht haben, die Osnabrücker. Die Woche davor, gutes Spiel abgeliefert in Bielefeld. Wenn du unten stehst, hier sind ja gerade noch 16. Wenn du unten stehst, läuft es kacke und du fängst hier das Ding. Wenn du oben stehst wie Bielefeld, dann fliegt halt irgendwie noch einer rein. So war es da auch. Dann 1-1 zu Hause gegen Fürth, die ja auch nicht schlecht sind. Dann Regensburg verloren. Zu Hause gegen Bochum verloren. Und jetzt noch das letzte 2-2 in Hannover. Das ist jetzt auch das Ende Januar. Gehen wir wieder zurück auf den aktuellen Spieltag. Da haben wir vielleicht das Glück. Oder was heißt das Glück? Wir sind ja jetzt auswärts nicht unbedingt so dermaßen am Start. Aber das Gute ist, dass Wiesbaden es halt zu Hause nicht ist. Das ist so ein bisschen das Gute, dass es halt zu Hause überhaupt nicht ist. Wiesbaden hat jetzt zu Hause aus 13 Spielen zwei Siege geholt, vier Unschieden und siebenmal verloren. Das haben zum Beispiel auch 1-1 gegen HSV gespielt zu Hause. Das ist sehr gut. Haben gegen Fürth zu Hause 1-1 gespielt. Das ist gut. Aber die haben halt auch erst gegen Bochum zu Hause verloren, gegen Aue zu Hause gewonnen. Also die haben gegen bessere Gegner ganz gut abgeschnitten. Gegen Kiel 3-6 verloren. Gegen Heidelheim 0-0. Und dann kommen halt so Dinger. Das ist ja letztes Jahr September. Aber Bielefeld hatte da 5-2 gewonnen. Selbst Hannover 3-0 gewonnen dort. Regensburg hat 5-0 gewonnen bei Wiesbaden. Karlsruhe 2-1 ganz am Anfang der Saison. Also die hatten ja glaube ich auch mit dann in der Saison irgendwann mal einen Trainerwechsel. Also kann man alles nicht so großartig bewerten. Aber die sind nicht unbedingt, das wäre mit Ausdrücken gewesen, nicht unbedingt heimstark. Das möchte ich damit ausdrücken. Wir aber halt auch nicht auswärts stark. Wir haben auswärts 15 Spiele. Lustigerweise alles ausgeglichen. Da zählt halt natürlich auch der Pokal mit rein. Fünf Siege, fünf Unschieden, fünf Niederlagen. Zwei davon im Pokal, also drei Siege, fünf Unschieden. Und vier Niederlagen, weil die eine aus Leverkusen ja auch mit rein zählt. Ja, wir sind einfach, ja, wir stellen es einfach auswärts unsagbar blöd an, wenn man sich so die Auswärtsspiele anguckt. In Heidenheim 2-2, da hättest du, hast du es 3-2 in der letzten Minute auf Klimovic Fuß. Das Aue 0-0, das, ja, es geht in Ordnung. Da hätten wir damals wiederkriegen müssen bei einem V-Gegnern Saales. Dann der Auswärtssiege in Ringsburg, wo ich dabei war, das war geil. Der Auswärtssiege in Bielefeld, das war auch schön. Al-Ghadoui, der Lucky Punch. Dann kriegst du 6-2 in Hamburg auf die Fresse, wo du auch kurz wegen der, ich sag mal mehr, der minderstrittigen Aktion oder Szene dann nicht mehr auf das 4-3 reinkommst. Und kurz davor war es noch aufholen zu können. Dann gewinnst du im Pokal in Hamburg. Es war mit einer der geilsten Siege, würde ich sagen, aber wegen diesem Feeling. Wie viele Tage waren das? Drei Tage später dann doch noch Auswärtssiegewinnen in der Verlängerung. Al-Ghadoui 114 oder sowas war das. Nein, komm, du verlierst dumm in Osnabrück. Bekommst direkt ein Gegentor nach gefühlt zwei Minuten. Verlierst du einfach dumm und verdient. Sein Haus ist genau dasselbe, legst nach 20 Minuten 2-0 hinten und verlierst da. Das war diese Gommes-Abseits-Aktion quasi. In Darmstadt, ja, auch langweilerspiel 1-1. Hannover genau dasselbe. Du legst 1-0 hinten richtig dumm. Kriegst das Spiel sogar noch gedreht durch Gonzales und Silas und kriegst trotzdem in Hannover, die ja echt nicht gut sind oder nicht gut waren diese Saison bisher. Jetzt kommen sie erst langsam so ein bisschen rein vom Gefühl her, aber kriegst du auch nicht hin, das über die Zeit zu bringen. St. Pauli haben wir uns auch relativ glücklich schätzen können, dass wir uns 1-1 machen. Ich sag mal kurz vor Schluss war, glaube ich, irgendwie 80 oder sowas. In Eberkusen haben wir echt, also gegen den Gegner, wenn man sich das auch anguckt, in Eberkusen gewinnt ja gerade alles. Jetzt auch gestern bei Glasgow 3-1 gewonnen und so weiter, Porto abgeschossen. Die sind ja gerade richtig, richtig stark unterwegs. Das ist für mich wirklich vielleicht kein Favorit, aber so ein kleiner Underdog-Favorit für den Europa-League-Titel. Da haben wir echt ein gutes Spiel gemacht. Hatten auch durch Klimawitsch wieder das 2-2 auf dem Fuß in der 90. für eine Verlängerung. Dann gewinnst du in Bochum, was aber auch kein gutes Spiel war oder kein besonderes Spiel war. Wo du einfach zu blöd bist, das Tor zu machen, dann kriegst du zum Glück selber aufgeregtes Tor. Und dann in Fürth, wo ich letzte Woche dabei war, nee, vorletzte jetzt mittlerweile, glaube ich. Wo du auch wieder zu blöd bist, das eigene Tor zu machen, dann kassierst du nicht die schönsten Tore der Welt, aber halt gegen eine disziplinische, grundaufgeordnete und zusammen funktionierende Mannschaft von Fürth. 2-0. So. Jetzt haben wir halt zwei Auswärtsspiele am Stück. Nicht so lecker. In Wiesbaden und in Kiel. Also, sag mal so, die sind halt 16. 10. Grad nicht so verkehrt drauf in dem 6-2 in Osnabrück, aber du musst da halt gewinnen. So ganz einfach, du musst da halt gewinnen. Wenn du aufsteigen willst, ich wiederhole mich immer und immer wieder, wenn du aufsteigen willst, dann musst du halt auch in Wiesbaden gewinnen. So einfach ist es. Also, es ist nicht unmöglich, aber auch mit der Heimstatistik von Bielefeld, von Wiesbaden, ich meine, wir haben unsere Auswärtsstatistik auch quasi gegen uns. Nochmal das Argument, aber ja, gewinnt das doch einfach. Und in Wiesbaden, wie gesagt, auch wenn die Spiele Jahrhunderte her sind, da haben wir zweimal gewonnen, auswärts von zwei. Und das Zuhause, das war ja lächerlich, dass wir das verloren haben. Ja, deswegen, wir müssen das Ding einfach auswärts gewinnen. Mein Gefühl gerade sagt mir, dass es so ein blödes Testspiel, Geisterspiel gekicketer wird und irgendwie 0-0 oder 1-1 wird. Aber gut, werden wir sehen. Vielleicht haben sie jetzt endlich mal gerafft, dass wir da auf jeden Fall liefern müssen. Und ich rechne mir jetzt mal vor, ich gehe mal bis zu diesem HSV-Spiel am 6. April, dass er vielleicht, ich glaube es nicht, aber ich meine, mit dem Spielbetrieb stoppen, würde es ja wieder mit reinlaufen. Das Spiel am 6. April wäre das nächste, was wieder läuft. Haben wir Wiesbaden auswärts. Da musst du halt gewinnen. Der HSV spielt heute, Freitag, interessant, weil Bielefeld unter HSV spielen, auch wenn wir natürlich mehr auf den HSV gucken müssen. Der HSV spielt heute Abend auswärts in Kreuter Fürth. Da setze ich jetzt mal, weil die letzte Woche auch nicht überragend waren gegen Regensburg und die ja davor verloren haben und vielleicht so ein bisschen in der Minikrise sind. Da hoffe ich mir einfach mal, dass der HSV einen Punkt holt mit der Möglichkeit, drei zu holen. Bielefeld gewinnt heute Abend gegen Osnabrück. Da können nämlich alle mal kreuzweisen. Die sind zu klug dafür. Wir müssen drei Punkte holen eigentlich gegen Wiesbaden. mit aber der Chance, ich schreibe es hier gerade auf, dass wir auch nur einen Punkt holen, weil wir wieder zu blöd zum Kacken sind. Danach spielen wir auswärts in Kiel, die jetzt eigentlich auch gerade ganz gut unterwegs sind, gegen den spielen diesen Spieltag in Regensburg. Die können zu dem Zeitpunkt halt auch echt dann irgendwie auf sechs oder sowas stehen. Ist dann aber trotzdem ein Klub, den du halt besiegen musst. Aber tabellarisch zumindest mal höher. angesiedelt als Wiesbaden. Da tippe ich halt, wir müssen halt gewinnen. Drei, wie immer, mit der Angst auf einen Punkt. Bielefeld spielt gegen HSV. Da geht es für den HSV genauso um alles quasi wie für uns. Bielefeld, ja, das ist halt jetzt die Frage. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass Bielefeld Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass Bielefeld da gewinnt. Deswegen tippe ich einfach mal einen Punkt bei Bielefeld mit der Angst auf 0 und beim HSV einen Punkt mit der Angst auf 3. Heißt, wenn es scheiße läuft, holen wir zwei Punkte in den zwei Spieltagen vor dem Heimspiel gegen HSV und der HSV holt sechs Punkte. Heißt, ergo, wir haben 47 und der HSV hat 50. So. Also ich tippe jetzt einfach mal, dass wir keins von diesen Spielen verlieren werden. Und da HSV, na, muss man gegen Bielefeld gucken, aber ich glaube es einfach nicht, dass die Gewinn verlieren gegen Bielefeld. Andererseits, ne, wenn wir Glück haben, gewinnen wir beide Spiele. Oder gut, wir müssen ja sowieso eigentlich beide Spiele gewinnen, aber man kennt den VfB, ne. Wenn wir Glück haben oder wenn wir unsere Aufgaben erledigen, holen wir sechs Punkte. und der HSV hat vielleicht ein bisschen Pech und spielt nur zweimal Unentschieden, wobei es jetzt in Bielefeld kein Pech wäre vermutlich, aber gegen Kräuter Fürth vielleicht und holt nur zwei Punkte. Ergo, wir hätten 51 Punkte und der HSV hätte 46 Punkte. Also das ist, ja, das, wir können ja jetzt halt echt wirklich von Spieltag zu Spieltag gucken, was hier abgeht. Von Spieltag zu Spieltag. Weil wir einfach, ne, es verbastelt haben, gegen Bielefeld jetzt auf 47, auf 47 Punkte zu stehen und nicht auf 45. Dann wären wir über drei Punkte vom HSV weg. Jetzt hängt er uns auf einem Punkt am Arsch. Ich glaube vom HSV und von uns will keine Relegation spielen, wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass diese Saison irgendwie noch ganz normal fertig gespielt wird. Und dann kommt das Heimspiel gegen den HSV. Bielefeld brauche ich eigentlich gar nicht mehr sagen, die gewinnen sowieso gefühlt alles, was sie haben. Außer da kommt so ein bisschen Aufstiegsangst rein, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass die noch auf drei runter droppen. Ne. Aber was mir jetzt gerade auch auffällt spontan, dieser Spieler gegen Wiesbaden wird noch stattfinden und auch die Aussettspiele vom Aussettspiel HSV in Fürth und Bielefeld-Saus gegen Osnabrück. Das heißt, der nächste Spieltag findet ja nicht statt in der Planung und ab dem zweiten geht es weiter, also mit dem Heimspiel gegen den HSV. Das heißt, wenn es wirklich so kommt, so wie es jetzt halt gerade mal feststeht, dass der Spielbetrieb dieses Wochenende spielen lässt, nächster Spieltag nicht, der wird dann, ich gehe mal davon aus, einfach nach hinten verschoben und dann die ganzen anderen Spiele ab dem zweiten April gehen wieder weiter, der Obgeister-Spiel, wie auch immer, dann hast du halt wirklich vielleicht den Fall, dass du am allerletzten Spieltag, der dann dieser verschobene Spieltag hier ist, unser Aus, das ist ja dann der Auswärtsspiel-Spieltag von unserem Auswärtsspiel in Kiel und da ist V-Spiel zu Hause zeitgleich gegen Bielefeld. Also, hier auch, aber je nachdem, wie das angelegt wird, im Normalfall werden die letzten zwei Spieltage immer, zeitgleich Sonntag, 15.30, Angriff in der zweiten Liga. Junger Vater, wenn das wirklich so kommt, ja leck mich am Arsch. Dann haben wir jetzt das Aus, das Spiel in Wiesbaden, zwei Wochen Pause, haben diesen Big Point, dieses wichtige Heimspiel gegen HSV und dann ganz am Ende, ne, je nach Tabellensituation interessant oder nicht, ich gehe mal stark davon aus, dass es interessant sein wird, den letzten Spieltag ist dann nicht unser Heimspiel gegen, unser Heimspiel gegen Darmstadt, was ja gerade nominell der letzte Spieltag ist und der HSV spielt zu Hause gegen Sandhausen und Bielefeld spielt zu Hause gegen Heidenheim, sondern eben dieser nach hinten verlegte Spieltag, wo Hamburg zu Hause gegen Bielefeld spielt und wir auswärts in Kiel. Krass, krass, wenn es da noch um irgendwelche Entscheidungen geht, haben wir unseren schönen, ich sag mal, Auswärtsfluch oder unsere Auswärtsdummheit, die wir vielleicht bis dahin abgelegt haben, aber Stand jetzt und das absolute Top-Spiel Hamburg-Bielefeld, ich gehe dann auch nicht davon aus, dass Bielefeld, dass da noch irgendwie um groß was geht, außer vielleicht um eins und zwei, aber für HSV und uns könnte es um einiges gehen. Und dann hat man einfach wirklich das direkte Duell, wo man auf Bielefeld hoffen kann, weil dann hat der HSV nochmal ein richtig dickes Top-Spiel am Ende, allerletzter Spieltag, junger Fahrer, das könnte, das könnte, beziehungsweise wird auf jeden Fall eine enge, spaßige Reise werden. Aufstellungsmäßig gehe ich nicht davon aus, dass sich da großartig was ändern wird bei uns. Vielleicht darf Massimo für Castro oder sowas rein, vielleicht stelle ich wieder auf Dreierkette um, wer weiß, kein Plan, weil ich denke, sonst so mit Gommes, Gonzales und so weiter wird es sich relativ ähnlich darstellen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Junger Vater, wird das eine, wenn die Saison überhaupt zu Ende geführt wird, ist mir wirklich, das ist krass, wenn wirklich der HSV im letzten Spiel gegen Bielefeld ran muss, wir auswärts in Kiel, das wäre nochmal ein bisschen ein anderer letzter Spieltag als zu Hause gegen Darmstadt für den HSV Sandhausen und für Bielefeld, was war es? Ich glaube Heidenheim. Die Junger Vater ist mir gerade erst aufgefallen, wenn die Planungen so umgesetzt werden, aber es kann natürlich auch sein, dass die Saison einfach komplett abgebrochen wird, wie auch immer. Sind wir mal gespannt, bleiben wir mal gespannt, da könnte ich jetzt gefühlt jeden Tag irgendwas nochmal dazu sagen, dazu labern, weil sich das wahrscheinlich täglich jetzt verändert gefühlt die Lage, außer sie kriegen endlich mal ein klares Statement raus. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.